Hallo, mein zweites Beispiel zum Thema Automat und Parsing-Tabelle für LR-Parsing erstellen. Aber ich will doch nur eine Parsing-Tabelle haben! Ja, wenn man eine Parsing-Tabelle haben will, dann sollte man auf jeden Fall den Automaten vorher zeichnen, sonst ist das wahrscheinlich relativ schwer herzustellen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, wir wollen loslegen. Das hier oben sind unsere Regeln, es sollte klar sein, dass die Regeln von 0 bis 5 durchbenannt sind. Diese erste Regel hier oben ist die typische technische Regel, die wir haben. Tatsächliche Eingabesymbole sind wieder alle kleingeschrieben. Wir haben das i, wir haben mal und wir haben plus. Eine Beispieleingabe wäre wie immer i plus i mal i. Ich frage mich immer, warum i? Ich weiß es auch nicht, aber so habe ich es gelernt. Alle großen Buchstaben sind Variablen sozusagen oder nicht-terministische Symbole, nennt man sie, glaube ich. Aber wie gesagt, es sollte eigentlich alles klar sein. Wir sehen auch, dass hier das e das Endsymbol sozusagen sein kann. Oder die Endvariable soll heißen, wenn wir nachher bei e sind und nichts mehr kommt als Eingabe, dann ist es erfolgreich akzeptiert. So, wir fangen auf jeden Fall an. Der erste Zustand muss alle diese Dinger beinhalten. So, und wir dürfen natürlich die Pointer nicht vergessen. Das heißt, wo als gerade gelesen wird oder wo als nächstes gelesen wird. Das ist übrigens ein T hier. Okay, jetzt überlegen wir uns, was könnten die Eingaben sein. Sagen wir, unsere Eingabe wäre ein E. Das wäre zum Beispiel dieser Punkt oder dieser Punkt hier. Punkt heißt Regel. Dann würden wir auf jeden Fall diese Regel hier reinkriegen. Aber es könnte auch sein, dass man hier eins weiterspringt. Müssen wir also auch noch mit reinnehmen. Und damit ist unser Zustand fertig. Er sieht so aus. Sollte klar sein, warum das passiert. Wir können von hier jetzt direkt weitermachen. Was wäre denn, wenn wir einen 1 Dollar als Eingabe jetzt haben? Dann haben wir diesen neuen Zustand. Das ist unser Endzustand. Bisher, ich muss zugeben, ich habe noch nicht gesehen, dass man den hier gezeichnet hat. Aber ansonsten, den können wir nicht als Endzustand bezeichnen. Weil da geht es ja noch weiter. Also ich schreibe den sicherheitshalber mal hin. Okay, aber gut. Wir gucken weiter, was passiert denn hier. Wir könnten auf jeden Fall noch ein Plus als Eingabe haben. Wir malen das mal nach hier. Plus. Dann überlegen wir uns, okay, wir brauchen auf jeden Fall diese Regel. Und wir haben ja gelernt, wenn dieser Pointer vor einer Variablen steht, dann müssen wir auch alle Regeln mit reinnehmen, die mit der Variablen anfangen. Diese hier und diese hier. Und das machen wir. Und ich wiederhole mich, wir haben ja gelernt, wenn der Pointer vor einer Variablen steht, dann müssen wir genau diese Regeln auch mit reinnehmen. Und genau das machen wir. Was wir also gerade gelernt haben, ist, dass dieses Reinnehmen von zusätzlichen Regeln auf jeden Fall ein iteratives Verfahren ist. Das bedeutet, man muss das für jedes neue, für jede neue Regel, die man reinschreibt, muss man wieder gucken, ist der Pointer vor der Variablen. Wenn ja, dann müssen wir eine neue Regel mit reinnehmen. Aber das war es dann auch soweit erstmal für diesen Zustand. Als nächstes gucken wir hier rein. Oh, das war nicht aufgenommen. Wir fangen mal oben an. Was passiert, wenn wir T als Eingabe bekommen? Dann ist der Pointer hier. Aber wir haben ja noch hier diese zweite Regel, könnte auch gehen. Das heißt, wir hätten das noch mit drin. Und wir haben ja vorher gelernt, wenn das Ding hier am Ende ist, dann kann es eine Ersetzung oder eine sogenannte Reduktion geben. Das heißt, E plus T könnte man ja umwandeln können in E. Okay, deswegen können wir hier noch Reduktion dazu schreiben. Konkret könnten wir noch schreiben, es ist ja die Regel 2, die man dann anwenden würde. Aber, ich mache das jetzt mal in Englisch, OR. Es kann aber auch sein, dass als nächstes das hier zum Einsatz kommt. Und wenn das zum Einsatz kommt, würde unser Pointer 1 weiter wandern. Deswegen SHIFT. Zumindest habe ich es so gelernt. Man schreibt dann hin, Reduktion OR SHIFT. Oder ist halt auch sehr lang. Aber im Grunde könnt ihr das ja machen, wie ihr wollt oder wie ihr es lernt. Gut, weiter im Text. Wir gehen hier den nächsten Schritt durch. Was könnte denn passieren, wenn wir hier eine F als Eingabe haben? So, sollte klar sein. Wir gucken nochmal. Sonst hier kein F, hier kein F, hier kein F. Okay, das heißt, wir haben hier alles, was wir haben wollen. Und natürlich auch hier wieder Pointer ist am Ende. Deswegen, wir schreiben mal Reduktion dazu. Und wir können auch dazu schreiben, okay, es ist die Regel 3, die hier angewendet werden würde. Okay, wir gehen weiter. Was passiert, wenn wir ein I als Eingabe bekommen? Dann landen wir in diesem Zustand. Und wir sehen wieder, wir können reduzieren, eine Reduktion durchführen. In diesem Fall mit der Regel 5. Ich hätte ein bisschen weiter oben anfangen sollen. So, dann sind wir auf jeden Fall hier auch mit allen Regeln durch. Dann gucken wir jetzt mal hier weiter. Was könnte hier noch sein? Hier könnte noch ein Sternchen kommen, also der Multiplikator. Und wie immer, wir haben gelernt. Entschuldigung, der Pointer ist vor der Variablen. Also müssen wir auch diese Regel Nummer 5 nochmal mit reinnehmen. Der Einfachheit halber gehen wir jetzt erstmal hier mit der Eingabe I weiter. Das ist ganz einfach, führt uns wieder in diesen Zustand hier. Und hier könnte es wieder reduziert werden. Dann könnten wir noch ein F als Eingabe bekommen. Und auch hier können wir dann wieder reduzieren. Diesmal mit der Regel Nummer 4. So, das war ein schönes Ding. Na gut, dann haben wir hier alles durch. Dann gehen wir nochmal hier zurück. Wir hatten hier als erstes die Eingabe E bearbeitet. Als nächstes machen wir mal hier mit der Eingabe T weiter. Entschuldigung, sollten wir auch dran schreiben. Und auch hier unten, Entschuldigung, sollten wir natürlich F dran schreiben. Der Pointer hier geht also einfach 1 weiter wie hier. Wir müssen aber wieder aufpassen. Auch hier wieder gucken. Ah, guck mal, hier ist noch eins mit T, wo der Pointer vor T steht. Wir müssen also diese Regel genauso mit reinnehmen. Und wie wir das hier unten schon mal gelernt haben, wir könnten das jetzt reduzieren. Wir könnten also eine Reduktion haben. In diesem Fall mit Regel Nummer 1. Oder wir könnten ein Shift haben. Als nächstes könnten wir die Eingabe mit dem Sternchen hier haben. Und wir sehen natürlich auf den ersten Blick, da landen wir doch eigentlich in diesem Zustand hier. Brauchen also gar keinen neuen Zustand und sind schon fertig. Okay, gucken wir weiter. Wir haben E, wir haben T, bleibt noch F und I. Für F kommen wir in diesen Zustand. Ganz einfach. Und für I auch ganz einfach, nur sehr unübersichtlich, kommen wir in diesen Zustand. Und dann sind wir fertig mit unserem Automaten. Daraus können wir jetzt die Tabelle zeichnen. Bevor wir das aber machen, wollen wir unseren ganzen Zuständen mal Nummern geben. Und zwar ist das, diesmal fangen wir mit Zustand Nummer 0 an. Das ist unser Zustand 0. Das hier ist unser Zustand Nummer 1. So, das ging ein bisschen durcheinander. Die Nummern können wir eigentlich frei vergeben. Ich mache es nur so, wie es bei mir auf dem Blatt hier steht. Und diesem Zustand hier oben gebe ich keine Nummer. Brauchen wir nämlich nicht, weil das seht ihr nachher in der Tabelle. Okay, so schön, so gut. Wir wollen das aber jetzt alles ein bisschen kleiner erstmal machen, damit wir damit arbeiten können. So, ich habe auch mal am besten die Farbe geändert, damit es jetzt zum neuen Blau passt. Die Regeln sind immer noch hier oben. Und das ist unsere Parsing-Tabelle. Noch ist sie leer. Wie immer stehen unsere ganzen Eingangsymbole hier. Wir haben I mal plus Dollar. Und unsere, ich nenne sie mal wieder, Variablen ETF. Hier ETF stehen hier. Z brauchen wir in dem Fall nicht. Das können wir hier in der Tabelle nämlich abkürzen. Deswegen kommt es gar nicht erst rein. Unsere Zustände 0 bis 8 sind natürlich entsprechend diesen Dingern hier markiert. Okay, wir fangen einfach an. Zustand 0. Was kann passieren? Wir könnten als Eingabe ein I haben. Dann würden wir im Zustand 4 landen. Und wir haben ja gelernt, der Pointer wird eins weiter geschiftet. Deswegen S4. Wir könnten aber auch ein F haben. Dann würden wir im Zustand Nummer 3 landen. Und wir haben ja gelernt, wenn es um Variablen geht, schreiben wir keinen Shift rein. Was haben wir noch? E. Im Zustand 1 landen wir. Und T landen wir im Zustand Nummer 2. Ich hoffe, das ist soweit klar. Ich mache das jetzt einfach mal weiter. Die Regeln sind genau dieselben wie in dem Video mit dem Beispiel Nummer 1. Oh, aber Entschuldigung. Eine Sache will ich noch machen. Und zwar Zustand Nummer 1 genau passt direkt. Wenn im Zustand Nummer 1 ein Dollar kommt, das hier, dann würden wir ja normalerweise in diesen Zustand hier gehen. Aber das kürzen wir nämlich einfach mit, ich weiß nicht, wie man es auf Deutsch nennt, angenommen. Ich mache mal so einen Haken rein. Okay, da ist es gesagt. Okay, ist doch sehr viel freigeblieben. Wir machen erstmal mit dem einfachen Kram weiter. Und zwar, wir fangen mit dem Zustand Nummer 8 an hier. Es gibt eine Reduktion, Regel Nummer 4. Ich hatte das im anderen Video schon mal angesprochen. In irgendeinem Buch würde dann sowas hier stehen, weil es im Grunde egal ist. Aber wir wollen genauer sein. Und zwar wird die Regel 4 konkret nur auf die Zeichen angewendet, die in Follow T drin sind. In der Menge Follow T. Warum T? Wegen diesem T. Und ich nehme das mal vorweg. Follow T sieht so aus. Das heißt, tatsächlich wird die Regel 4 nicht bei I angewendet, wird aber hier angewendet, hier und hier. Sieht also soweit gut aus. Gut, dann machen wir weiter mit der Regel Nummer 7. Lassen wir erstmal weg. 4, selbes Spiel. 4 ist diesmal Follow von F. Müssen wir uns angucken. Ist im Grunde, ja, ist dasselbe wie Follow T. Also wenden wir hier die Regel Nummer 5 auf alle 3 an. Als nächstes gucken wir uns bei Nummer 3 um. Selbes Spiel Follow von T. In diesem Fall würde die Regel 3 angewendet werden können. Wir schreiben also Regel Nummer 3 hier rein. Okay, jetzt bleibt noch die Nummer 2 und die Nummer 7. Ich mache dann auch mal hier die Fragezeichen weg. Wir können erstmal zur Nummer 7 gehen. Lassen wir uns das mal angucken. Hier gab es ja noch das Shift bei Sternchen. Dann würden wir Shift 6 reinkommen. In Bezug auf das hat sich nichts verändert. Und jetzt gucken wir aber an. Hier gibt es ja noch eine Reduktion. Die würde dann stattfinden für alle Zeichen. Oder so, dann stattfinden ist blöd. Würde für alle Zeichen stattfinden, die in der Menge von Follow E sind. Und das ist dieses hier. Das heißt, die Regel Nummer 2 würde angewendet werden. Im Falle, wenn das nächste Zeichen ein Plus ist oder ein Dollar. Damit ist der Zustand 7 durch und wir stellen fest, dass hier gar nichts steht. Das ist auch okay so. Als nächstes gucken wir Zustand Nummer 2 an. Auch hier. Wir gucken wieder Follow von T. Was ist das? Dollar plus mal. Oha, und da habe ich einen Fehler gemacht. Ich bin gerade selber durcheinander gewesen. Das war natürlich völlig falsch hier oben das T zu markieren. Es geht natürlich um das E hier. Das wird ja natürlich, der Punkt ist ja hier. So, und dann gucken wir uns nämlich die Follow Menge von E an. Das ist nämlich nur Dollar und Plus. Das sind die zwei. Und hier würden wir Regel Nummer 1 anwenden. So, jetzt passt es auch. Das waren heiße 5 Minuten. Und dann sind wir fertig. Das ist unsere Tabelle. Das ist unsere Parsing-Tabelle. Bäm. Wenn ihr Fragen oder Kommentare habt, schreibt sie in die Kommentare. Wenn ihr ein Beispiel für die Interpretierung, also für die Benutzung dieser Tabelle sehen wollt, dann, das müsste auch in der Playlist sein, werde ich vermutlich da reintun. Guckt da einfach mal nach dem passenden Video. Und guckt auf jeden Fall in die Videobeschreibung. Falls ich irgendwelche Fehler habe, dann werden sie in der Videobeschreibung garantiert korrigiert sein. Falls das nicht der Fall ist, dann schreibt sie bitte in die Kommentare, damit für alle anderen dieser Ausdruck gilt. Also, damit allen anderen dann geholfen ist. Na gut, in diesem Sinne. Ich will mich nicht weiter verhaspeln. Vielen Dank fürs Schauen. Punkt.